Ja, moin moin, es ist wieder Sonntag, es ist wieder SodoriTV-Zeit. Was haben wir diese Woche für euch? Wir, oder ich, führe quasi gleich mit mir so eine Art Interview. Also ich gehe auf die sechs Fragen ein, die ich in der letzten Woche vorgestellt habe, zum Thema Full Thrust. Dann gucken wir uns natürlich wieder die Kommentare der letzten Woche an. Wir schauen bei Facebook rein, was Völke im Social-Media-Bereich so gemacht hat. Und ja, dann schauen wir uns natürlich noch die Events der kommenden Woche an. Ja, nach dem Intro sehen wir uns wieder. Ja, und da ist er schon wieder, der fährt so. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Ähm, ich auf jeden Fall. Wir schauen uns, womit fangen wir an? Ja, ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal die Kommentare an, die wir unter dem letzten Video hatten. Das sind leider diesmal nicht allzu viele. Nicht, dass wir davor viele hatten, aber Zahl hat sich halbiert. Sagen wir mal so, ist nur noch eins. So, wir schauen uns das Ganze mal an. So, blub weg. Und da haben wir das Kommentar. So, tolle Folge, kleiner Tipp zur Dienstagskonfusion. Du magst Drachen. Bei dir zu Hause spielt die Drachengruppe. Des Weiteren würde ich gerne anbieten, ein Interview zu Private Eye zu halten. So, also wissen wir auf jeden Fall, in Zukunft wird es ein Private Eye Video geben. Und das ist wirklich ein guter Tipp. Allerdings, ich werde mir das trotzdem nicht merken können. Ne? So, ich werde mir das trotzdem nicht merken können. Ich kann euch das versprechen, dass mir das noch 30 Mal passiert. Na gut, ist aber auch nicht schlimm. Das soll ja zur allgemeinen Belustigung auch beitragen, sage ich mal so. So, das ist leider schon alles gewesen an Kommentaren. Wenn ihr Kommentare habt, Fragen stellen wollt, irgendwas behandelt haben wollt, unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Punkt, den ich hier vorstellen kann, auf den wir eingehen können. Und dann können wir die Sendung dementsprechend auch gestalten. Ja, so, machen wir. Hier wird Krach gemacht, ne Mann. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir schauen uns einfach mal klassisch, blub, blub, die Facebook-Geschichte an. Das heißt, wir gucken mal, Social-Media-Bereich, was hat sich bei Solduri auf der Facebook-Seite so getan. So, das hatten wir letzte Woche schon, Gaslands. So, dann hat Völke hier ein schönes Bild eingestellt. Gestern haben sich unsere 40Kler getroffen zum 40K-Crew-Treffen. Findet einmal im Monat statt im Clubraum. Gestern war es mal wieder soweit. Wir gucken uns mal durch die Bilder. Schön Black Templars gegen Chaoten. Zack, so, hier auch noch mal. Ach, schön 40K. Lang ist her. Die Bikes sind die neuen, kenne ich noch gar nicht. So, hier auch noch mal. Leider ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen unscharf. Aber schön, die Black Templar gegen Chaoten. Irgendwie sehe ich nur Abaddon. Ne, da oben. Da oben ist eine Chaos-Boot. Ganz oben. So, was haben wir noch? Da ist ein Panzer. Ja, doch ein paar mehr. Waren doch ein paar mehr Chaoten auf dem Weg. Und auf der Platte. Ja, schön 40K. Gestern im Clubraum. Schaut gerne im Kalender, wann das nächste Mal 40K-Crew-Treffen ist. So, dann gab es, war Freitag, war eine ganze Menge los. Und zwar haben die anderen schön eine Runde Rumble Slam gespielt. Ist auch ein schöner Ring, der da gebaut wurde von Völke. Ich glaube, ich hoffe, das ist Völke. Bitte berichte ich mich, wenn das nicht der von Völke war. Aber ich glaube schon. Da wurde also schön Rumble Slam gespielt. Ja, ich war mit Sternheim eine Runde am Full Thrust zocken. Mal wieder so die Würfel schwingen und mal wieder reinkommen. Gehen wir nachher aber auch nochmal drauf ein. Was ist Full Thrust und so weiter. War auf jeden Fall auch eine nette Runde. Sehr überraschender Ausgang. Dann wurde Summoners gespielt. Die Pilze sind auch der Knaller. Kann ich euch leider nicht viel zu sagen. Müssen wir mal gucken, ob wir da auch jemanden finden, der uns ein Interview zu diesem Spiel gibt. Wenn ihr Bock habt, Interviewpartner zu sein dafür und das Spiel einmal vorzustellen, bitte rein in die Kommentare oder schreibt mich direkt an. Die sechs Fragen, die da immer drin vorkommen, sind auch im Discord oder guckt euch das letzte Video an. Da stelle ich das Ganze auch nochmal vor. So, dann haben wir hier nochmal Rumble Slam. Die Ladies. Also sind schon ganz witzig, die Figuren. Gefällt mir sehr, sehr gut. So richtig die Fraktion für mich ist nicht dabei, muss ich gestehen. Aber die sind schon gut gemacht. So, ja, wie gesagt, Fulfast, nettes Spiel. Wir haben eine eigenerstellte Flotte. Das sind jetzt hier Skandinavier gegen meine NSL-Flotte. Quasi nur so eine 1500 Punkte Testliste gespielt, um mal wieder reinzukommen. Ja, war ganz nett. Wir haben ein paar Gurkige Fehler reingebaut, aber dafür machen wir ja diese Testrunden, damit man mal wieder reinkommt. Ab sofort wird auch jeden Monat Fulfast gezockt. So. Hier nochmal Summoners. Nochmal eine Detailaufnahme von dem Pilz. So. Ja, auf jeden Fall witzig, die Dinge. So, hier auch nochmal. Da sind auch nette Figuren. Also schön gestaltet. Gefällt mir sehr gut. Und da sind wir einmal rum. So, da haben wir einmal alles geguckt. So, haben wir noch mehr. Ja, hier sind dann noch von mir nochmal ein paar Bilder zum Fullthrust, die ich nochmal geknipst habe. Die laufen aber nachher auch während des Interviews als Stream nochmal durch. So, bei Fragen zum Fullthrust gerne rüberkommen. Kann ich euch gerne beantworten. So, dann haben wir, ja, das sind die gleichen Bilder nochmal. Das ist im Prinzip Facebook gewesen. So, dann als nächstes, habe ich mir beschlossen, werden wir erstmal quasi dieses Interview machen. Das heißt, ich habe da mal was vorbereitet. So, blub, blub, so. Ja, Fullthrust. Interview halten miteinander ist schwierig, sage ich mal so. Wusste ich nicht so ganz, wie ich das machen soll. Ich gehe da jetzt aber einfach drauf ein. Also, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen creepy, weil ich selber der, der bin, der die Fragen stellt und beantwortet. Aber so in der Art wird das nachher laufen, wenn wir das mit den anderen Spielen machen. So, da kommen wir zur ersten Frage quasi. So, worum geht es in dem Spielsystem? Fullthrust ist ein Raumkampf-Tabletop. Das heißt, es geht darum, Raumschiffflotten. Warte mal, wir machen mal ein bisschen Bilder an. Das will irgendwie nicht so ganz von alleine. So, äh, machen wir so. Machen wir so. Na, wo ist er? Na? So, das sieht doch besser aus. So. Da geht auch was. So, also wie gesagt, Fullthrust ist ein Raumkampf-Tabletop. Ähm, ihr bekommandiert große Flotten von Raumschiffen in verschiedenen Klassen. Also von einem kleinen, von einer kleinen Korvette oder einem Scout-Schiff bis hin zu einem Dreadnought, Super Dreadnought. Also wirklich große, wirklich, wirklich große Schlachtschiffe. Der Maßstab ist sehr, sehr klein. Äh, dadurch ist es überhaupt erst möglich, große Flotten darzustellen. Ähm, das Spielsystem ist sehr, sehr, ich sag mal, ja, detailliert gestaltet. Ihr habt also Jägerregeln. Ja, müsst landen, starten. Es gibt Treibstoffe. Ähm, in Fullthrust ist ein Kernelement, dass die Raumschiffe eben halt beschädigt werden können. Das heißt, ihr schießt nicht einfach nur Lebenspunkte von so einem Schiff runter, sondern nach jeder Runde und wo ihr eine bestimmte, ich sag mal, Schadensmenge abbekommen habt, würfelt ihr auf die einzelnen Systeme des Schiffs. Also die Waffen, Antrieb, ähm, Sensoren, Schilde, würfelt ihr halt, ob Schaden auftritt und die Dinger sind nachher echt zu klump geschossen und ihr müsst dann, seid dann mit euren Reparaturgruß am reparieren. Ist ganz witzig. Äh, die Navigation ist sehr wichtig, sag ich mal, weil, ähm, ihr habt, das nennt sich Cinematic Movement, das heißt, du hast, äh, kannst nur einen gewissen Grad drehen. Das Ganze wird so in einem Uhr-System gespielt, also zwölf Uhr. Du kannst dir eine, hast eine, ich sag mal, eine Startgeschwindigkeit, du hast eine Startrichtung, in der du fliegst und dann variierst du noch diese Richtung. Also du kannst schneller, langsamer werden, du kannst aber auch dann deinen Kurs verändern. Je schwerer die Schiffe, desto langsamer sind die meistens. Das heißt, du brauchst nachher, wie man das bei Raumschiff Enterprise gewohnt ist, diese Schiffe machen riesen Bögen, um rumzukommen. Ist nicht ganz realistisch, aber ist das, was man so aus dem Kino gewohnt ist, wie Raumschiffe fliegen. Und je größer, desto weiter müssen die ausholen, das macht unheimlich viel Spaß. So, zweitens, was braucht man denn zum Spielen? So, ja, zum Spielen brauchst du Raumschiffe. Es ist ziemlich wurscht, was für Raumschiffe das sein können. Es gibt also von Full Thrust direkt Schiffe, die von Ground Zero Games in England hergestellt werden. Wobei Ground Zero Games, glaube ich, nur eine Person ist, nämlich John, der sich das Spiel ausgedacht hat. Ihr könnt aber, und das ist das Schöne, jegliches Raumschiff nehmen, was euch irgendwie unter die Nase kommt. Das heißt, der Raummaßstab, ja, sollte schon einigermaßen passen. Sonst wird es irgendwann, wenn ihr nachher so eine Dinger habt als Großkampfschiffe, dann passt es halt nicht mehr in den Maßstab rein. Also, es muss schon noch in diesen Zollmaßstab reinpassen. Also, man kann sich da ganz gut an den Full Thrust schiffen, aber Drop Fleet Commander Schiffe gehen gut. Es gehen, hier von Mongoose gehen Schiffe gut. Ihr könnt, theoretisch könnt ihr das auch mit X-Wing Fightern spielen, also das ist nicht das Thema. So, bei Armada zum Beispiel wird es schon kritisch. Also, Armada, Star Wars, Armada, da werden die Schiffe schon fast zu groß, weil dann die Sternzerstörer, Supersternzerstörer schon sehr, sehr groß werden. Das wird dann schon schwierig. Aber ansonsten ist das ziemlich egal, weil ihr messt die Distanz wirklich nur zu diesem Pack, also zu dem Stab. Das heißt, wie groß oder was da für ein Modell oben drauf steht, ist eigentlich fürs Messen, fürs Spielen, für die Mechaniken völlig egal. Was relativ wichtig ist, das ist kein Muss, ist aber, macht es viel, viel einfacher, sind Hackspaces darunter. Das heißt, wenn ihr Hackspaces habt, ihr mit diesem Uhrsystem oder auch mit den Feuerwinkeln, die die Waffen haben, habt ihr da doch enorme Vorteile. Das heißt, die Schiffe, die ihr benutzt, die sollten schon Hackspaces haben, sonst quält ihr euch unnötig. Ist aber kein Muss. So, dazu braucht ihr ein paar sechsseitige Würfel, ihr braucht ein Zollmaßband, ja, das war's. Ein Folienschreiber macht noch Sinn, dass ihr irgendwie euch eure Kurse, die ihr aufschreiben müsst, vorweg in der Phase, müsst ihr dann aufschreiben. Das macht Sinn, dass man das einlaminiert, dann braucht ihr vielleicht noch einen Folienschreiber. Ist aber auch kein Zweck oder auch kein Zwang. Ihr braucht im Prinzip Würfel, Maßband und ein paar Raumschiffe. So. Regelsystem ist natürlich auch relativ wichtig. Könnt ihr kostenlos bei Ground Zero Games runterladen, die Originalbücher. Oder gibt auch noch ein Regelsystem oder eine Seite, wo so Hausregeln drauf sind und Tonnen auf Material. Da könnt ihr auch die Karten für die Raumschiffe euch runterladen, könnt euch ein bisschen Überblick über die Schiffe verlangen. Das packe ich aber alles unten in die Beschreibung mit rein. Wir werden auch noch eine detaillierte Geschichte machen, wo wirklich, wie spielt man das, wie sind die Mechaniken, wie funktioniert das Spiel überhaupt. Das wird aber ein separates Video, das machen wir nicht im Rahmen von Sordori TV. Wird in Zukunft aber auch noch geben. So. Dann haben wir, wann wird dein System bei Sordori gespielt. Also wir gucken, dass wir einmal im Monat einen festen Termin, oder was heißt fest, aber einmal im Monat werden wir einen Termin stattfinden lassen. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, das letzte, das nächste Mal, der nächste Spieltermin wird auf einem Mittwoch stattfinden. Und ich denke mal, Mittwoch wird das auch werden. Guckt also rein, einen Mittwoch, so Mitte des Monats meistens, zwischen den Mittwochsmal-Terminen wird es dann immer geben, wo wir Full Thrust Fest zocken. Weil da am meisten Leute Zeit haben. Oder ein paar von unseren Spielern. Wenn ihr Bock habt, separat Full Thrust zu zocken, gerne auf einen von uns Full Thrust Fest Spielern zukommen. Wir spielen gerne mit euch eine Runde. Und zeigen eine Runde. So. Das heißt, an dem Tag gerne als Demo-Spieler kommen. Oder als Demo-Betrachter kommen. Ich zeige euch das Spiel. Weil die Mechaniken sind gar nicht so schwer. Kann man recht gut lernen. So. Viertens. Mit welchen Kosten muss ein Einsteiger rechnen? So. Ja. Kosten kommt natürlich ganz stark davon an, was für Raumschiffe du nimmst. Also du kannst für so eine Flotte, wenn du die aus, für die Originalschiffe nimmst, dann wird das, dann, ich sag mal, zwischen 20. So eine Starterflotte liegt, glaube ich, irgendwie bei knappe 30 Pfund, die du kaufen kannst. Da sind dann so eine Auswahl an Schiffchen drin. Alle weiteren Schiffe liegen dann so zwischen 10 Pfund für die ganz großen Pötte. Und 1 Euro, 1 Pfund 30 oder was für so ein kleines Minischiff oder zwei so eine Minischiffe. Also das geht von. Es kommt halt wirklich bei den Schiffen drauf an. Wo kriegst du sie her? Ja, also wenn du natürlich Armada-Schiffe oder Dropfleet-Commander-Schiffe nimmst, das wird dann teuer. Aber du kannst die Schiffe auch selber bauen. Lass einfach Sekundenkleber in deine Bitsbox tropfen. Das, was da rauskommt, ist wahrscheinlich ein relativ brauchbares Raumschiff in dem Maßstab. Also du kannst die halt auch selber bauen. Also für die Leute, die kleine Raumschiffchen bauen wollen und 3D-Drucker haben oder sowas, ist das easy geholen. Also man kann von bis, also von fast nix bis zu, ich sag mal für eine Flotte, ich sag mal, wenn ich mir mein Kram angucke, ich hab so 10.000 Punkte ungefähr, kann man schon rechnen. Das sind dann so 200 Euro, 250 Euro hat man insgesamt dann wirklich ausgegeben. Das ist aber schon eine sehr, sehr, sehr große Flotte. So. Ja, dazu braucht ihr halt Maßband. Das habt ihr als Tabletopper sowieso rumliegen. Ansonsten kriegt ihr das für ein paar Euro im Baumarkt. Wichtig ist nur Zolleinteilung. Ihr könnt das natürlich auch umrechnen auf Zentimeter, aber Zoll passt halt irgendwie ein bisschen besser. Ähm, und dazu braucht ihr ein paar sechsseitige Würfe, die könnt ihr zur Not aus eurem Kniffelset zu Hause klauen. Also die Kosten sind eigentlich relativ schmal. Schwarze Tischdecke macht sich noch so. Wir haben jetzt eine richtige Full-Thrust-Matte im Clubraum, die ich damals, die ich mal gesponsert habe, zwei Stück. Ähm, von daher. Ähm, reicht aber auch eine Tischdecke oder einen schwarz angemalten Tisch. Der muss ein bisschen größer sein. Äh, braucht ihr dann noch eine Holzplatte oder sowas. Aber relativ, relativ preiswert. Also man kann das auch sehr, sehr günstig spielen. So, was gefällt dir an deinem Spielsystem? So, ja, was mir super gut gefällt, ist, dass, äh, diese Bewegungsgeschichte, das heißt, du musst sehr viel vorausplanen. Kannst es aber im Gegenzug aber auch schon wieder nicht, weil dieser Zufall, das Zufallselement, durch diese Beschädigung, die die Schiffe erfahren, durch, ähm, den, 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 den Mechanismus Exploding Dice, das heißt, du würfelst deine Treffer und wenn du eine 6 würfelst, machst du gleich zwei Schadenspunkte plus ein Reroll. Das heißt, du planst dann, das habe ich vor, aber dein Schiff explodiert auf einmal, obwohl so ein kleines Mini-Ding dich beschossen hat, weil du einfach Pech hast oder der andere sehr viel Glück hat beim Würfeln. Da passiert also sehr viel. Äh, du musst immer wieder neu überdenken, immer wieder planen, machen und tun. Ähm, das ist im Prinzip das, was am meisten gefällt. Und dann eben halt, das, ja, was im Kopf passiert. Du hast Raumschiffe, riesige Raumschiffe, die, die durch die Gegend fliegen. Du kannst Flottenmanöver fliegen. Du hast wirklich kleine Trägergruppen. Da kommt wirklich so dieser, dieser, ja, dieser, ich sag mal Navy-Flair auch rüber. Weil du hast ein großes Schiff, ist schön, ist aber verwundbar. Es ist langsam, es braucht Jägerabwehr. Du musst also kleinere Schiffe nebenan platzieren, die das schützen und so weiter. Also, das ist das, was mir am meisten an diesem Spielsystem gefällt. Ähm, so, was findest du, und das ist die sechste und letzte Frage, was findest du gegebenenfalls nicht so gut an dem System? Das Hauptproblem an dem System ist, dass es keiner kennt. Also, es ist wenig gespielt. Du findest Schwerspieler. Ähm, es ist sehr alt schon. Es kommt aus den 80ern. Es ist, es hat nie einen großen Durchbruch gekriegt. Es ist nie als Box irgendwie erschienen und in Läden gestanden. Das ist halt, das macht es schwierig. Ähm, ein zweiter Punkt, der, der nicht so gut ist, sag ich mal. Du kannst Schiffe selber gestalten. Das heißt, du kannst dir selber ausdenken oder selber berechnen, wie die Schiffe sind. Dieses System führt aber leider sehr schnell dazu, dass es ein Optimum gibt. Also, es gibt das optimale Schiff, was du einfach bauen kannst in jeder Klasse, äh, von der Bewaffnung her. Das macht es schwierig, wenn die Leute anfangen, selber zu bauen und so maximieren, dass dann nachher alle dasselbe Schiff haben. Sonst wird es schnell frustrierend, weil der eine nicht so gute Waffensysteme hat wie der andere. Ähm, das ist, es ist schon gebalanced, also dieses, weil dieses Wertesystem hat jeder gleich, so ist das nicht. Aber es gibt halt das optimale Schiff. Also, es gibt das Schiff, was irgendwie perfekt passt gerade. So, und dadurch ähneln sich selbstgebaute Schiffe im Nachhinein meist sehr stark. Also, da kommt wenig Charakter drauf. So, weiter, ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, ja gut, ist das jetzt ein Nachteil? Finde ich das schlecht? Na, eigentlich nicht. Es gibt halt, das ist Vorteil und Nachteil zugegeben, es gibt keinen Hintergrund für dieses Spiel. Das heißt, es gibt kein, das ist mit Absicht offengelassen, es wird kurz einmal angeteasert, es gibt eine NSL, New Swable League, es gibt ein paar, so ein paar Fraktionen, die sind auch kurz einmal angeteasert, aber so wirklich Fluff im eigentlichen Sinne gibt es für das Spiel nicht. Das ist an euch, wenn ihr das braucht, und das ist der Vorteil natürlich wieder, von diesem Nachteil, wenn ihr das braucht, könnt ihr das frei selbst gestalten, es ist nichts vorgegeben, ähm, ist halt vor Nachteil zugleich. Also, ich sag mal, es ist so ein Neutralpunkt. Ja, ich hoffe, ihr habt zumindest ein bisschen Eindruck gekriegt, seid vielleicht neugierig auf das, die richtige Spielsystemvorstellung, die dann in Zukunft noch kommt. Ähm, weitere Spielsysteme werden folgen, das heißt, sowohl Tabletop-Systeme als auch Rollenspielsysteme werden wir in den nächsten Sendungen behandeln. Das heißt, ich hab eigentlich vor, dass jede Solduri-TV-Folge ein, so ein Interview-Thema, also diese sechs Fragen einmal durchgegangen mit einem Spieler, äh, drin vorkommt und wir dadurch ein bisschen Überblick kriegen und vor allen Dingen ihr Überblick kriegt darüber, was wird bei Solduri so gespielt und was ist gerade am Laufen. So, ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt auf der Liste ist dann unsere, ähm, Termingeschichte. Das heißt, wir schauen einmal rein. Ich mach das einmal hier aus und mach den Browser wieder an. So, und dann gucken wir mal nach, was haben wir nächste Woche auf dem Schirm. So, das ist der Februar, den haben wir noch nicht. So, Januar, nächste Woche, das ist der 23., der fängt die Woche an, bekanntlicherweise, da haben wir nüscht. So, am 24. ist wieder ab 18 Uhr Infinity, äh, im Clubraum, äh, am Spielen. Dann um 19 Uhr haben wir DSA, die Südmeer-Runde. Also, wir kommen wieder zurück auf den Kommentar vom Anfang, ne, den da. Ich merke mir, keine Drachen, also ist das in Hennstedt-Ulsburg. So, dann haben wir am 25. um 18 Uhr eine Runde X-Wing im Clubraum. Am 26., das ist der Donnerstag kommende Woche, ist auch wieder der zweite Infinity-Termin in der Woche zum Zocken. Gerne ist da auch natürlich jemand da, der euch ein Demo-Spiel gibt, falls ihr das Spiel mal reinschnuppern wollt. So, am 27., das ist der Freitag, haben wir eine DSA-Runde, die im Club stattfindet. Und zwar spielen die G7 und am Samstag ist um 14 Uhr eine Runde Pathfinder und am Abend wird Private Eye gespielt. So, mehr haben wir leider noch gar nicht drin. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was bei Solduri so gespielt wird. Viele Sachen werden leider nicht eingetragen, viele Sachen finden privat statt. Das heißt, viel, viel, viel mehr wird noch bei Solduri gespielt und gemacht. Wenn ihr euren Termin mit eurem Hobby auch da einstellen wollt, ja, kommt auf die Webseite, meldet euch an. Wir haben hier oben einen Mitgliederbereich. Dort findet ihr auch zum Beispiel einen Mitgliedsantrag, den ihr ausfüllen könnt. Die ersten zwei Monate sind Probe-Mitgliedschaft, ist also nichts Wildes. Ihr könnt da erstmal reinschnuppern, guckt euch das an. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr hier nicht das Richtige findet bei euch, von euch, das Spiel, was ihr spielt, fügt doch euer Spiel einfach dem Verein hinzu. Wir freuen uns über jedes neue Spiel, jedes neue Hobby auch. Das muss gar nicht Tabletop-Rollenspiel sein. Zum Beispiel, wir haben damals, 2018 habe ich Airsoft mit reingebracht in den Hobby, in den Verein. Wir haben Fotografie, die manche betreiben und da auch den Clubraum für nutzen. Also habt ihr ein Hobby, egal welcher Art, wenn es da reinpasst in die Räumlichkeiten oder wenn ihr das auch extern macht. Von mir aus könnt ihr auch eine Reitgemeinschaft bilden über Solduri. Das ist völlig egal. Solduri ist ein Hobby-Club und zwar ein Hobby-Club für jegliches Hobby. Ihr müsst nur Bock haben, das einzubringen und euch aktiv einzubringen. Weil ihr könnt nicht davon ausgehen, dass alle, die im Verein sind, das dann auch sofort spielen. Also wir helfen euch aber mit unseren Möglichkeiten, dass ihr euer Hobby bekannter machen könnt, breiter aufstellen könnt und vielleicht den ein oder anderen Vorteil gewinnt. Und, was ihr auch könnt, ihr könnt mal in ein anderes Hobby noch zusätzlich mit reinschauen, ob das nicht auch was ist. So befruchtet man sich, auf Deutsch gesagt, immer gegenseitig. So, ja, das war Solduri TV für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns wieder nächste Woche, hoffe ich. Ich muss mal gucken, wie das so läuft. Aber ich habe vor, dass wir natürlich Sonntag wieder eine Folge machen. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Solduri TV. Tschö, tschö und ich bin raus. Na, N-Card sagt nein. Tschö, tschö und ich bin raus. Tschö, tschö und ich bin palabras. Bis zum nächsten Mal. Tschö Okay.